Hallo nach Deutschland. Hallo aus Perth. Wir haben heute einen kleinen Ausflug gemacht nach Perth in die Stadt. Dazu sind wir mit dem Boot über den Swan River nach Perth gefahren und sitzen hier bei über 30 Grad endlich mal im Schatten. Es ist ordentlich warm, aber wir haben uns so langsam akklimatisiert und bis gestern hat uns Jetlag noch so ein bisschen zu schaffen gemacht, aber wir haben jetzt endlich die erste Nacht durchgeschlafen. Musik Stadt. Krasse Gegensätze, historische Gebäude neben Glashochhäusern. Also schon ein bisschen seltsam, aber schick. Ja, an allen Ecken und Enden ist was gewohnt. Die Australien sind super freundlich, sobald man hier irgendwo den Stadtplan auspackt und sich kurz orientieren, steht schon jemand zur Seite und fragt, ob er helfen kann. Und ja, nachher machen wir unseren Rückweg nach Fremantle via Zug. Es ist ein bisschen ungewohnt, ohne unsere Motorräder auf Taxi, Bahn, Schiff angewiesen zu sein, aber wenn alles klappt, haben wir sie am Montag endlich bei uns. Genau. Drückt uns die Daumen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.